So ist es jetzt auf Bormacken. Auch noch einmal. Der Gegner hat durch die Mitte unfassbarer Return. Der dürfte zu kurz sein. Gute Länge drin im Lob. Der muss bestraft werden. Wieder durch die Mitte. Oh mein Gott, der ist gut, wollte ich gerade sagen. Ist das eine Länge noch. Ganz komischer Kontakt. Hör mir auf. So was Durchblutungsförderndes. Ist das ein guter Return, aber ein unfassbar zweiter Ball von Gianotti. Der bleibt. Kurzes Handy nehmen. Einmal mal ein Follow da lassen, ein Like da lassen und ein paar Kommentare vielleicht. Ja, da gibt es unter anderem uns zu sehen. Freut uns, wenn ihr da einmal reingeht. Letzter guter Aufsteck in die Mitte. Return ist gut. Jetzt sind sie drin in der Rallye. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Reaktion. Das Bild wird vom Gegner und auf dem Niveau können wir auch wirklich davon sprechen, dass da gezählt wird. Aber es ist ein vollkommen legitimer Schlag, wie gesagt. Das ist der richtige Schlag an der Stelle. Oh, ist das ein Unglauben. Jetzt mal eine andere Variante wieder. Chance ist aber da. Oh, ist das ein Ball. Der ist aus. Das ist eine Brandbombe von Service. Oh, der ist zu kurz. So ist es. Ach, der fällt ins Aus, ja. Der fällt definitiv ins Aus. Das ist wieder ein guter Aufschlag. Das ist wieder ein guter Aufschlag. Kurz, lang, kurz, lang. Der könnte... ... ... ...